Ich habe deine Filme nie vergessen. Cleos Gesicht. Ich habe die Augen bewundert, die du auf Tanklager geklebt hast. Komisch, dass wir uns nicht früher begegnet sind. Wir machen einen Film. Das ist der Plan. Aber was genau? Eine neue Art von Bildern. Mit diesem Wagen fahre ich durch die ganze Welt. Er ist ein mobiler Fotoautomat. Nach fünf Sekunden kommt das Foto raus. Im Großformat. Ich begrüße nur die Kinder. Klar, weil ihr gleich groß seid. Jedes Gesicht erzählt eine Geschichte. Ich bin sprachlos. Ich hätte nicht gedacht, dass das Bild so groß wird. J.R. erfüllt mir meinen größten Wunsch. Er fotografiert die Gesichter der Menschen, denen ich begegne, damit ich sie niemals vergesse. Schöne Fältchen. Ja, sehr schön. Der Zug fährt an Orte, die du nie besuchen wirst. Du siehst verschwommen und bist zufrieden. Und du siehst alles dunkel und bist zufrieden. Ich soll für sie die Brille abnehmen. Deine Gesichter sind doch schön. Das wäre ein hübsches Motiv für Porzellanteller.